Musik Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft24, der Tag mit den Nachrichten vom 1. Juni 2021. 15 Jahre Netzwerk Gesunde Kinder gestartet wurde das unterdessen landesweit etablierte Projekt am 1. Juni 2006 in drei Brandenburger Regionen. Ausgangspunkt waren die Erfahrungen von Kinderärztinnen, Krankenschwestern und Hebammen hier im Klinikum Niederlausitz. Daraus sei die Idee entstanden, Eltern mit ihren Fragen und Themen rund um die gesunde Entwicklung ihres Kindes nicht alleine zu lassen, so Henrik Kapinski, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Mit dem Netzwerk Gesunde Kinder sei ein niedrigschwelliges und kostenfreies Angebot für alle Schwangeren und Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren auf den Weg gebracht worden. Brandenburgweit gibt es derzeit 21 Regionalnetzwerke. Freie Fahrt heißt es wieder in Klein-Kmälen. Dort wurde am Montag die sanierte Ortsdurchfahrt wieder frei für den Verkehr gegeben. Die Elsterwerder Straße in Klein-Kmälen ist seit wenigen Tagen wieder frei. Offiziell übergeben wurde sie an diesem Montag. Seit Mai 2020 wurde die Ortsdurchfahrt auf über 700 Metern grundhaft ausgebaut. Dazu gehören auch neue, teils 2,50 Meter breite Gehwege und Regenwasserkanäle. Investiert wurden in das Gesamtprojekt 1,4 Millionen Euro. Davon kommen 970.000 Euro aus Fördermitteln des Landes. 427.000 Euro tragen die Gemeinde Groß-Kmälen und der Landkreis Oberspriewald-Lausitz. Noch in diesem Jahr sollen weitere Bauarbeiten beginnen. Dann wird die Elsterwerder Straße in Richtung Ortrand saniert. Die Zahl der Arbeitslosen in Südbrandburg ist im Mai weiter gesunken. Die Arbeitsagentur in Senftenberg meldete am Dienstag eine Quote von 7,9 Prozent. Das sind 0,4 Prozent weniger als im Monat April. Arbeitslos gemeldet sind hier aktuell 3.045 Personen. Davon seien Langzeitarbeitslose mit über 51 Prozent am stärksten betroffen. Die Agentur für Arbeit in Senftenberg hat aktuell über 750 Stellenangebote. Gesucht werden beispielsweise Fachkräfte im Metall- und Elektrobereich, in der Pflege oder im Gartenbau. Kindertag in Schwarzheide. Am 1. Juni staunten Mädchen und Jungen aller Kitas und der Grundschule Wandelhof über außergewöhnlichen Besuch. Grund war der erneut ausgefallene Kindertag der Stadt. Strahlende Kinderaugen in Schwarzheide. Gemeinsam mit Clown Lulu hat Bürgermeister Christoph Schmidt am 1. Juni Kita und Schulkinder besucht. Neben Musik und Liedern überraschten sie die Stäbkes auch mit kleinen Geschenken. Vor allen Dingen für unsere Kinder ist das ganz besonders wichtig, denn dieser Teil unserer Gesellschaft, die jüngsten und jungen Menschen, haben auch einen hohen Preis gezahlt, damit sich andere sicher fühlen. Weitere Impressionen vom Kindertag in Schwarzheide sehen Sie ab Freitag hier bei Seenluft24. Lauchhammer ist weiter auf dem Weg in Richtung Kunstgussstadt. Mit dem Beinamen will die Kommune neugierig machen auf eine Stadt mit Geschichte und lebendiger Industriekultur. Um den Prozess für die Einwohner so transparent wie möglich zu gestalten, wurde jetzt eine neue Internetseite erstellt. Unter dem Motto Meine Stadt Kunstgussstadt ist sie über lauchhammer.de erreichbar. Kunstguss werde in Zukunft das Leitthema in der touristischen Vermarktung der Stadt sein. Zudem werde das Areal um das Kunstgussmuseum, die Kunstgießerei und die Friedensgedächtniskirche touristisch entwickelt und aufgewertet. Und nun geht es weiter mit unseren Kurzmeldungen. Pünktlich zum Kindertag an diesem Dienstag ist der neue Brandenburger Familienpass erschienen. In seiner 16. Auflage bietet er Rabatte oder freie Eintritte für über 400 Familienattraktionen in Brandenburg und Berlin. Erhältlich ist das Heft unter anderem in Bibliotheken und im Internet. Nach der Premiere 2020 findet in diesem Jahr erneut ein internationaler Kunstflugwettbewerb in Welse statt. Die Extra Unlimited Aerobatics sind vom 30. Juni bis 4. Juli auf dem Verkehrslandeplatz zu Gast. Der Wettbewerb der höchsten Kunstflugkategorie umfasst fünf Wertungsdurchgänge mit Pflichtprogramm und Kür. Brandenburg und Sachsen planen ihr zweites länderübergreifendes Lausitz-Festival. Das Kulturevent steht unter dem Motto Zwischensamkeit. Geplant sind über 70 Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen an 50 verschiedenen Spielstätten in der Nieder- und Oberlausitz. Ausbildungsbetriebe, die trotz Corona an ihren Lehrlingszahlen festhalten, bekommen ab 1. Juni mehr Geld. Für Ausbildungsverhältnisse, die ab dem 1. Juni beginnen, steige die Ausbildungsprämie auf 4.000 Euro bzw. 6.000 Euro in der Ausbildungsprämie Plus. Sie werde gezahlt, wenn im Unternehmen mehr Lehrlinge arbeiten als vor Corona. Zudem könne seit diesem Dienstag Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten die entsprechende Förderung beantragen. Bisher lag die Grenze bei 249 Beschäftigten. Und hier geht's weiter mit den Polizeimeldungen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 14 Uhr auf der A13 zwischen Ruland und Ortrand. Dort war ein Transporter auf einen stehenden Schilderwagen aufgefahren. Der 21-jährige Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Schäden summieren sich auf mindestens 20.000 Euro. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt. In Lauchhammer haben Polizeibeamte Montagabend einen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 47-Jährige war betrunken in der Marx-Beer-Straße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,8 Promille. Das waren die Nachrichten und nun die aktuelle Wettervorhersage. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Es bleibt in den kommenden Tagen sommerlich warm. Örtlich sind leichte Gewitter möglich. Der Mittwoch ist nur leicht bewölkt und die Tageshöchstwerte erreichen 23 Grad. Donnerstag steigen die Werte bei strahlend blauem Himmel auf 26 Grad. Freitag zeigen sich am Mittag wenige Wolken bei maximal 24 Grad.